Hallo, Servus. Mein Name ist Hanna. Guten Morgen. Ich mache mal deine Yoga-Mix-Stunde. Ich bin heute ein bisschen Elemente aus Yoga, Chikos, Gakorning, Entspannung. Ich entschlusse noch keine Wünsche. Als erste Stunde ganz locker, hüftbereit. Wir nehmen dich auf und unter Bauch, Brust raus und schließen dich auf. Wir kommen hier einmal an. Ganz tief und du musst einmal atmen. Lause atmen. Wir nehmen die Beine in die Hände zueinander. Wir beginnen einfach sanfte Gewichtsverlagern. Vor und zurück. Ganz locker. Beine Beine sind immer leicht gemäugt. Ja. Ich bin jetzt nicht Badal-ik 노eng. vor und zurück. Deshalb hab ich die Bewunderhet. Wobei. Wir hilft, es heilt die Geburげ – Kurt,F없en im acontecendo. Unverständlich. Wir fallait uns mit B expecting fame. HierVELP für Gak porque es geht um Bremsen, nur etwas. Und wenn wir wieder die Bedeutung haben, dann kommen wir uns. Wir sind ein Bedeutung. Wir sind ein Bedeutung. Wir sind ein Bedeutung. Wir sind ein Bedeutung. Amen. 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 Lachen. Lachen. Ziehen. Mogeln tief. Und roll dich wieder hoch. Ein letztes Mal rein. Lachen. Lachen. Einheitshalter. Und blefst du dir die Fotos einfach in der Neue. Das ist so schön. 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 Die Hände in den Brücken, in den Kopf, über die Rutsche, in den Sand, in den Haken, tief und in den Haken steigen und leise in den Haken. Kommen wir noch einmal tief und wir bleiben hinten. Stütz dich mit beiden Beinen an. Den letzten Rechtsbein hinten und dein linkes Bein hinten. Haltet die Position. Gerne kannst du mit den Händen aufsitzen, ganz wie du magst. Du kannst auf der Faust arbeiten, wie es dir liebt. Den Zippel reichst du noch so hoch. Den Zippel reichst du noch nicht auf. Den Training präsentiere, wenn du durchsuchtest bist, du schístst kannst und wenn du auf 300 Meter steigst kannst. Den Zippel reichst du noch mit dem Richtern. Und du bist glücklich. Den Zippel reichst du schü Assistent. Den Zippel reichst du noch mit dem Fahrrad zu fahren. Den Zippel reichst du noch mit dem Fahrrad zu fahren. Und wieder auf. Wir beginnen mit der Fronten. Und in die Hand wieder einmal wieder. Und das die Side, wieder einmal mehr. Das ist der Niveau wieder einmal. Wir haben eine Bühne auf. Das ist ein bisschen zu lösen, gerne ab der Körper auf dein Körper und tief in die Vorbeuge. Wieder so weit ist gut, dann kommt ihr nach vorne und wir bleiben in die Vorbeuge. Die Hände streichen, tief ziehen, über die Hände mischen und langsam wieder hoch. Und wieder tief. Und tief. Und tief rein. Und tief rein. Und wir stützen mit den Beinen am Arm, nehmen jetzt das linke Bein nach hinten und das Richtbein nach hinten und halten wieder in dieser Position. So. Jetzt können wir die Musik ganz kurz noch nehmen. So. Okay. Okay. So. 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 Und noch ein Händchen. Einmal ein Händchen. Und dann steck dich hier auf. Komm wieder in die strengte Position. Und jetzt willst du deinen Arm und dreh den Kopf. Und dann steck den Arm mal rein. Und dann fängst du das ein bisschen tief. Wenn du wachst, dann fängst du die drei Augen. Wenn du dich nicht aktivierst, mach dir die Strecke wieder auf. Und sonst bleiben. Dann fängst du deinen Arm und dreh dich hin Harvard. Und dann steck dich wieder auf. Ich zieh jetzt fest an meinen Augen. Und jetzt geh die Beine flicht. Und dann dreh dich hier auf zur Seite. Und lass dich mal gepenzen. Beine Hände in den Rücken ziehen, die geschlägt sind. Und dann wieder die Kleine. Raus und zurück in die brutale Position. Gerne nachher rein, klein. Und jetzt erst ein bisschen böse. Und noch ein bisschen böse. Und noch ein letztes Mal. Und ja. Und wieder nach vorne. Dreht hier aus nach hinten. Nehmt wieder beide Hände seitlich. Und dreht ihn wieder nach vorne zu mir. Und komm hier wieder zurück. Und wieder langsam nach oben. Und rotier dich nach hinten. Und noch ein bisschen. Und wieder langsam. Rotier dich nach vorne. Und komm hier wieder tief. Alle Beine beugen. Puppe richtig tief. Und noch ein bisschen. Und wieder. In der Knie. Und wieder einmal ILTS. Und auf jeden Fall. Wir bleiben kurz. Hier unten, in dieser Maschine. Mögen gleich. Ab und H praise. Und rued dich wieder nach vorne. und die Spindeln sitzen. Leg das Knie ab, eine Auge los, löse die Hände, und beginne mit dem Rückbeuge. Und dann übel, zum Verstreuen. Und dann, jetzt ein freundes Ttheim, dann stehe die Hände der Knie ab, und dann lege die Hände der Knie hinzu. Ein an der Auge, nach dem Sorge hängt. Und stehe die Hände vor den Werken, aber ein wenig mehr und die Position. Und dann lege wir das Auge. Also ein bisschen furcht. Sehen wir immer tief, beenden wir noch mal auf den Kahn. Jetzt müssen wir jetzt den einen kommen. Und wenn man das mit einem Kahn. Und jetzt ziehst du die Mitte der Klinik, wenn du dein Hinweis anbremst und dein Hinweis anbremst. Aber du ziehst du den Fußbein, denn das Gewicht ist auch von vorne geworden. Heinten kannst du den Fußbein. Jetzt fühlst du deine Augen, entfängst dich unter deinem Geist. und in links eingeht委. Ganz einfach. than die Bühne nicht in den Arm. Du hast Amen. Schöne, 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 schöne. Schöne, 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 schöne. Schöne, schöne, schöne. Schöne, 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 schöne. 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 Schöne, schöne. Schöne, schöne. Schöne, schöne, schöne. 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 Und ziehen. Och recht. Speaking. Schöne, schöne, schöne. Hoch »Kagnink.« Und ziehe sich die Hinter Pioneer. »K waste'sion«, Sie ziehen sich über die Seite. Well done. Und ganz hoch. Hier. Ich hoffe, es heißt auch,에서도 Ihr Che-ho, dennwei vorended ist es nicht vor. Murray will wieder Biztianspr능 sein. Dann gebe ich deine Beine weg. Hinsicht, ganz gut. Und jetzt noch vorne geht es so weit, was bei ihm geht. Dann geht's hier. Nein, es ist der Fall, es ist der Fall. Das ist der Fall. Deine contraintes. Dann schau aber nachher. Dann greut er nur noch einen Tag. Dann muss er nur noch einen Tag. Nein, das sollte er auch noch nicht. Dann geht's aber auch noch einen Tag. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Amen. 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 Okay. Machen wir noch eine kleine Meditation. 3 bis 4 Minuten. Setzt euch ganz gemütlich hin. Wer möchte, kann sich auch gerne hier hinlegen. Findet einfach eine angenehme Konsorsion. Und die Strecke, wenn es jetzt gehen muss. Danke. Kannst du auf der Schneide sitzt. Kannst du auf der Ende noch auf den Knien legen. Und schließt dann die Augen. Und langsam wieder raus. Und langsam wieder raus. Und langsam wieder raus. Musik Man muss ansiedeln, ja. gotten sie etwas mit mir auldreffen. Aber wir sind ja nicht dabei. Amen. 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 Und dann alle Arme, auf die Hände und nach vorne tief runter. Dankeschön, das mitmachen. Ich habe super Spaß gemacht mit euch. Wir hoffen euch auch. Und wenn ihr gerne wollt, oder sollte ich später seine späteren Zeit mit mir machen, wenn ihr gerne wollt, wenn ihr gerne wollt, wenn ihr gerne wollt. Ciao!